Hallo, ich bin Florian Petri, Inhaber der Firma Baumpetri und wir sind ein wachsendes Baumpflegeunternehmen im Rhein-Main-Gebiet und sind auf der Suche nach Nachwuchs und Mitarbeitern für unsere Tätigkeitsfelder. Du bist teamfähig, lernbereit, arbeitest gerne mit Bäumen und in der Natur, bist handwerklich geschickt und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ich bitte dir einen interessanten, abwechslungsreichen Job mit tollen Arbeitsplätzen, vom kleinen Jungbaum angefangen über große Naturdenkmale, pflegen wir und klettern wir alles. Mit uns hoch hinaus, wir sind ein Profi-Team aus dem Rhein-Main-Gebiet und wollen weiter wachsen. Du bist Baumpfleger mit Kletterschein, perfekterweise Forstwirt- oder Galabauer und willst unser Team verstärken? Dann komm zu uns. Gerade hast du einen Einblick in unser Team und unsere Arbeit bekommen, wie dahinten die Klepperei in den Bäumen. Wenn du Lust hast, mit uns zu wachsen, wie die Bäume in der Natur, dann bewirb dich bei uns. Nutze den Link unter diesem Video oder das Bewerbungsformular auf der Webseite. Wir freuen uns auf dich.